Hallo zusammen, hallo Hobby-Generäle und ich begrüße auch meine Kampf-Prob-De-Community zu einer neuen Folge. Komm an den Kongbear hier in der Remastered Edition bei der Allianz Vergeltungsschlag-Kampagne. Meine Lieben, wir sind mittlerweile das zweite Teil im Bauernopfer angelangt. Diese Mission, wie soll ich das sagen, die fordern uns einiges ab, nicht nur vom strategischen Teil, sondern auch wirklich vom taktischen Teil. Das Problem ist daran, dass die Meute bzw. die Gegner hier immer, immer wieder Verstärkungen reinbekommen. Und das ganze Problem ist, dass wir zuerst die, wie soll ich das sagen, zuerst die Radarstation ausschalten müssen. Zerstören sie die sowjetische Radarstation, um den Nachschubwege zu unterbrechen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst rücken hier immer wieder Nachschub an und irgendwann macht es unsere Basis einfach platt. Also müssen wir jetzt folgendes machen, wir werden jetzt ein paar Soldaten rekrutieren, ganz einfache Soldaten, Cyborgs. Und werden die dann erstmal hier oben so ein bisschen erkunden lassen. Ich stelle mir dann vor, Nordwesten, Norden, mal gucken, wo die ganzen Einheiten herkommen. Das würde mich schon mal interessieren. Und dann müssen wir parallel dazu, schaut mal, wir haben einiges bietet an Kohle, mehr Panzer rausbauen, weil ich denke mal, es wird nicht lange dauern und die werden wieder angreifen. Also, schauen wir es uns an, gehen direkt rein. Was ich jetzt, wie gesagt, gerne machen würde, ein paar Schützen rausbauen, ein paar Rack Zeros und ein paar kleine Panzer. Na, hier sind die Rack Zeros überall. Dann würde ich sagen, ihr geht hier in die Mitte rein. Ihr könnt euch zum Beispiel gerne mal reparieren, wenn es euch keine Umstände macht. Hier hätten wir unsere zwei Zerstörer. Wir können maximal hier anfahren irgendwie. Boah. Ja, das habe ich mir schon gedacht, das macht aber nichts. Schöner Treffer. Jaja, komm, dann fährt man wieder raus. Oh Gott, jetzt kommen zwei Mammuts hier an. Schaut euch mal bitte die Bank an. Okay, voll Angriff, voll Schlechtigung. Kein Reparieren rein. Komm, die müssen jetzt weg. Die müssen weg. Die müssen auch weg. Sehr schön. So, und der Panzer muss auch weg. Okay, der ist weg. Achtung, hier kommt die Unterstützung rein. Einheit verloren. Gott, ist das mies. Okay, los, alles wieder rein in die Basis. Zum Blick haben wir noch ein bisschen Kohle übrig. Haben wir noch die Möglichkeit hier auf so zwei, drei kleine Soldaten, beziehungsweise hier in der Cyborgs. Schaut mal. Und mit denen würde ich gerne mal schauen, dass wir hier hier mal anfangen, so besser was zu erkunden. Hier rein in den Noten. Dann eine Einheit direkt hier in den Westen. Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Hier müssen wir unbedingt eine Flagg aufstellen oder so was. Ja, jetzt können wir wenigstens mal wieder einen größeren Kampfpanzer bauen. So, hier würde ich dann auch gerne ein, zwei Soldaten hinstellen. Oh nein. Ich melde mich wie befohlen. Wird repariert. Ich melde mich wie befohlen. Sehr gern. Einheit verloren. Jawohl. Komm, dann denk mal ab. Einheit bereit. Boah, das ist echt fies, ne? Einheit verloren. Okay, das war echt fies. Einheit verloren. Oh nein. Okay, alles klar. Einheit verloren. Ja, wir haben es mitgekriegt. Einheit verloren. So, die werden schön durchrepariert, hier die Dinger. Die fahren mal raus. Die fahren auch mal raus. Mittlerweile wieder so ein bisschen Kohle am Start. Das ist gut. Und guck mal, die kommen schon wieder, ne? Die Einsatzkräfte, das dauert nicht lang. Und die rücken schon wieder an hier. Sehr schön. Das war eine Mine. Das brauchen wir noch mal ein. Das hilft auch ungemein, nicht in die Mine. Einheit bereit. So, dann hätten wir hier wieder ein paar Panzer. Ich weiß nicht, was die hier hinten machen. Die scheinen sich hier so irgendwie zu sammeln. So, dann haltet bitte mal an. Also, hier kommen wieder die Jungs. Achtung. Wird repariert. Ja, Sir. In Ordnung. So, hätte man, ich wollte gerade sagen, hätte man noch ein paar Rack-Zeros haben. Wird gebaut. Schön. Okay, die haben wir ausgescheiden. Es wird nicht lange dauern und hier kommen gar nicht wieder wie eine Mammutpanzer oder irgendwas angegeiert. Wir brauchen auch hier unbedingt noch zwei, drei Soldaten. Zwei, drei Cyborgs. Die war einfach dann da. Die war einfach hier auf diese Erzfelder stellen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ja, das geht auch. Wird gebaut. Die Rack-Zeros stehen halt nicht so weit unten, aber, ja. Besser so weit unten wie gar nicht irgendwo. Ja, Sir. So, dann gucken wir mal. Also, hier kommen wieder, hier kommen wieder eine kleine, eine kleine Meute rein. Ja, so ein Punkt ist schon geil. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird repariert. So, Achtung, Kampfpanzer kommen wieder. Oh, das ist nicht zu wenig. Guckt mal. Boah, was für eine Armada. Wie das dann nicht? Euer Ernst, bitte, Freunde. Wird gebaut. So, nächster Erztransporter raus. Und dann würde ich dann sogar sagen, nach dem Erztransporter noch ein paar Panzer gebaut. Der Erztransporter, der muss dann hier oben angreifen. Und hier das Zeug mitnehmen. Jetzt kommt wieder die Meute hier reingelaufen. Also, wir müssen da damit leben, dass wir drüben mindestens fünf oder sechs Doppelstande fahren. Und ich weiß nicht, wann die angreifen. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir sollten aber auf jeden Fall versuchen, ein ganz kleines bisschen zu expandieren, weil das ist hier, guck mal, das ist fast kein Platz. Wird gebaut, Sir. In Ordnung. Hier oben sammeln sie sich dann auch wieder. Kommen wir hier irgendwie hier oben. Ja, eine Radarstation können wir halt noch brauchen. Achtung, Panzer. Wird repariert. So, die nehmen wir dann gleich mal hier rein. Achtung, die fahren wieder außen rum. Oh, jetzt kommt wieder Mammutsnetz. Es ist wieder alles da. Okay, alles klar. Komm, wir bauen gleich mal wieder kleine Schirme uns raus. Das nützt nichts. Genau, das ist schön, dass du hier oben angreifst. Das ist gut. So, Achtung, die kommen wieder. Die fahren direkt geradeaus. Jawohl, die fahren direkt bei uns rein. Direkt volle Freizeite. Sehr schön. Ah, das sieht, dass es nicht schön ist. Ah, Mist. Hier unten ist es. Einheit verloren. Gut. So, dann wieder zurück in die Basis. Wird repariert. Okay, los, zurück zu. Rück zu vom Herztransporter. Rein hier. So, Achtung. Das meine ich, diese Versteigerung. Es ist so zum Vor. Nein, 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 nein. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Hier ein in Ordnung. In Ordnung. Ach, ist es denn euer Ernst möglich, dass ihr so weit außen rum fahrt? Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oder wieder auf der Westseite angegriffen. Unglaublich. Das ist, das ist der Hammer hier. Guck mal, jetzt kommt wieder Versteigerung, wieder Versteigerung. Hey, weiß ja, was wir machen können. Aber irgendwie gehen die halt zum Glück dann doch mal irgendwann auf, ne? Sag ich mal. Das ist, das ist echt, das ist echt kranker Shit. Wirklich, das ist echt übel hier. Und wieder kommt die Mix rein. Okay, konnten wir zum Glück abfahren. Wenigstens haben wir mal so drei, vier Erztransporter hier am Start. Wir müssen hier unten auf jeden Fall mal. Ich weiß schon. Wir müssen hier ganz, ganz dringend dafür sorgen, dass wir hier... Okay, passt. Dass wir hier auf der Westseite mal die Panzer aufreiben. Guckt mal, was hier drin ist. Guckt mal, was hier steht. Das ist der Hammer. Okay, die haben uns gewittert. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Immer schön fokussieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Guckt euch bitte an, wie viel das Panzer sind. Okay, wir müssen mehr bauen. Habt ihr das gesehen, was das für eine Bank an Panzer war? Unglaublich, oder? Wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen ausbreiten. Dann haben wir vielleicht hier relativ gute Chancen, dass wir das Feuer immer mal hier hinziehen dürfen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das Ding hat es so halb zerlegt. So, du gehst weiter sammeln, bitte. Panzer hätten wir wieder ein paar. Sehr gut. Und, Achtung, die greifen direkt an. Auf direkten Weg rücken die hier an. Okay, kommt einfach drüberfahren. Dann drüberfahren. Nicht kurz diskutieren. Schön, sehr schön. Drüber geheizt. Wir könnten halt dann doch mal so einen Mechaniker gebrauchen, ne? Wer dann halt hier mal unsere Einheiten baut. So, okay. Kohle ran, Kohle ran. Wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Hier geht der nächste Erztransporter, geht's rein. Nächster Erztransporter geht auch rein. Das passt. So, für die Basisverteidigung haben wir so Nummer 4 am Start. Und, Achtung, guckt mal, jetzt kommt ja schon, oh, jetzt kommt ja schon die nächste Armada rein. Ich glaub's gar nicht. Einheit bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, das Ding hat. Wird gebaut. Auf der Westseite können wir das vergessen. Sehr gern, in Ordnung. In Ordnung. Einheit. Sehr gern, in Ordnung. Sofort. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Gestätigt. In Ordnung. Gestätigt. Haben wir Glück gehabt. Schnell wieder, schnell wieder den Bunker gebaut, ne? Wird gebaut. Ja, geht schon klar, Chef. Jupp, wir sind dabei. Achtung, Mammoth, waren wir wieder am Start. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh nein, jetzt. Jetzt machen die wirklich unsere kleine Armada, die hier halblich schädigt ist, machen die die hier noch kaputt ist. Einheit verloren. Konstruktion abgeschossen. Bestätigt. So, schnell noch den Bunker hier rausgebaut. Wir hatten ja, glaube ich, schon den Mechaniker, oder? Das brauchen wir auch noch. Also, ihr seht, es ist so viel los auf der Karte. Es ist unbeschreiblich. In Ordnung. Bestätigt. Und hier kommt wieder Versteigerung rein. Das hört ja gar nicht auf. Die laufen jetzt hier unten nach unten rein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und wieder kommt die MIG rein. Wird repariert. Oh nein. Nein, es ist doch nicht euer Ernst, bitte. Oh, die stehen hier gleich hier oben. Wisst ihr, die stehen gleich hier oben. Mir passiert gar nichts. Es ist doch nicht euer Ernst, bitte. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. So, jetzt steht der Mechaniker hier. Und auch der andere. Okay, das passt. Ja, der kann erstmal unsere Einheiten mal durchreparieren. Das ist schon mal gut. Ja, ja, immer schön reparieren. Und bleibt da, bleibt da stehen. Das geht gleich weiter. Das geht gleich weiter. Keine Sorge. Hier kommt immer wieder Versteigerung rein. Immer, immer wieder. Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Wir haben ja noch einen Soldaten. Den würde ich gerne mal hier hochlaufen lassen irgendwie. Ja, alles klar. So, komm, reparierst du mal? Oder wie sieht's aus? Ich hol grad meinen 17er Schlüssel. Also schön, dass du hier deinen 17er Schlüssel holst. Okay, das Ding haben wir mal so ein bisschen durchrepariert. Ja, komm, bau doch mal das. Oh Mann, was ist denn mit dem Mechaniker los, hä? Ich hol grad meinen 17er Schlüssel. Nein. Okay, alles klar. Ist okay. Wo läuft dieser Mechaniker hin? Oh nein, jetzt macht er unsere Rex-Zeros alle, hä? Leute. Leute, könnt ihr euch mal bitte hier auf die rechte Seite irgendwie konzentrieren? Nein, ich verstehe es absolut nicht mehr. Wird gebaut. Nein. 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 Nein, ich hab's gewusst. Das wäre so kaputt gemacht. Oh, und jetzt kommt wieder Versteigerung rein. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ah, das ist immer selber. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Okay, das passt. Das hat gepasst. Sehr schön. So, jetzt kommen hier noch ein paar Einheiten rein. Jetzt warten wir hier mal. Also ihr seht, das ist übel. Diese Mission ist absoluter Brüller. Jetzt kommen hier wieder Einheiten rein. Ich glaube, man guckt mal. So, erstes kaputt gemacht. War mal klar. Zum Glück haben wir hier noch die andere noch gestehen. Haben wir gerade mal keine Zeit. So, kommt, fahrt mal drüber. Genau, fahrt ihr einfach mal über den Haufen. Seid so gut. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal hier oben um. Ach, ich glaube, es sind alliierte Verstärkungen. Okay. So, dann bitte mal zurück zur Basis fahren. Da noch mal in den nächsten Bunker hinstellen. Da machen wir auch gleich noch ein Geschütz fest. Dann noch ein paar Panzer bauen. Und so weiter und so fort. Das Ding reparieren wir auch gleich nochmal durch. Also übel, was hier los ist. Echt krass. Okay, komm, dann fahr mal hier runter. Sei so gut. Ach, ich glaube, hier steht... Kann das sein, dass hier... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kommen wir wieder. Oh nein, diesmal mit V2, hä? Boah, ist das fies. Wird repariert. Direkt oben. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigen. Bestätigen. In Ordnung. Bestätigen. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verloren. Bestätigen. Kommt, alles sammeln. Runter hier. Konstruktionsum. Alles sammeln. Kommt runter. Seid so gut. Einheit berechtigt. So, noch ein Geschützer her. Energieniveau kritisch. Ja, das wissen wir schon. Alles gut. Wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass wir die Mammuts ausschalten, genau. Einheit verloren. Einheit bereit. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir mit den Einheiten hier, so gut wie es geht, hier hochkommen. In Ordnung. Bestätigen. Okay, sehr, sehr geil. In Ordnung. In Ordnung. Wir haben jetzt irgendwas ausgelöscht. Irgendwas haben wir ausgeschalten. Ach, guck mal, hier ist die Radarstation. Bestätigen. Bestätigen. Einheit verloren. In Ordnung. Wird gebaut. Einheit ver- Einheit verloren. Einheit verloren. Komm, schaffen wir das, die Radarstation auszuschalten. Komm, Freunde. Jawohl, muss das umsonst sein. Sehr schön. Die Radarstation ist ausgeschalten. Das heißt jetzt, das heißt jetzt für uns, wir müssen jetzt mal gucken, es ist noch ein Erntetransporter übrig. Schaut euch das bitte mal an. Es ist noch einer übrig. Wir haben wenigstens jetzt so eine ganz kleine Bank an Einheiten hier. Einheit verloren. Boah, ich glaub's nicht, ne? In Ordnung. Einheit verloren. Bestätigt. Ja, ja, hier oben haben wir jetzt alles verloren, das ist aber auch nicht schlimm. Die Wegen geil. Bestätigt. 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 Einheit verloren. Shit. Okay, alles klar. Einheit verloren. Auch nicht so schlimm. Das ist jetzt hier die letzte Verstärkung, die hier oben reinkommen. Jawohl. Wir sind gerade rein. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. So, wo ist der Erntesammler? Der ist hier hinten. Das passt. Wir brauchen jetzt erstmal als nächstes sehr, sehr viel Kohle. Bestätigt. Ähm. Ja, Sir. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. Wir präparieren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Bestätigt. Oh nein, die nächste Fall 2 kommt. Ich glaub's doch gar nicht. Leute, kommt, kommt da, Alter. Ich kommt. Boah, Alter. Das ist ja nicht normal. Bestätigt. 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 Also, ihr seht's. Anhand der Verstärkung. Ich glaub, das hier läuft jetzt alles aus. Einheit verloren. Beziehungsweise wird das jetzt alles auslaufen. Und dann hoffe ich mal, kommt so schnell jetzt erstmal keine Verstärkung wieder rein. Weil das ist ja das einfach nur abartig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das, ähm. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn immer wieder diese Verstärkung reinkommt. Und dann irgendwann hast du, du hast irgendwann keine Einheiten mehr. Die zerstören alles, ne? Kannst du sagen, was du willst. Dann machen wir mal wieder 700. Wir brauchen noch genau das, genau das Doppelte. Wir haben nicht mal mehr einen Mechaniker oder sowas da. Schaut mal. Boah, jetzt muss der, jetzt muss der Sammler erstmal irgendwie hier hinterfahren. Muss erstmal wieder das Erz einsammeln. Da stehen noch Panzer. Hier oben kommen noch ein paar einzelne versprengelte Soldaten rein. Das ist kein Problem. Das ist gar nicht so schlimm. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, da sollen sie das ruhig machen. Die sollen ruhig angreifen. Melde mich, wie bestätigt. Jetzt schicken wir mal noch den einen oder den anderen Panzer mal zur Schnellreparatur hier rein. Damit wir uns dann wenigstens ein kleines bisschen verteidigen können. Okay, der hat das Erz sehr schön eingesammelt. Okay, der fährt wieder normal schnell. Weil das ist ja immer so, die Geschwindigkeitsreduzierung ist halt bei einem, bei der Hälfte, bei über der Hälfte vom Schaden wird halt auch die Geschwindigkeit extremst reduziert. So, komm, dann sammeln wir hier oben mal ein, mein Freund. Dann reparieren wir erstmal schnell sowieso unsere Basis durch. Guck mal, hier steht schon wieder V2, ne? V2 Action. Incoming. Unser Stützpunkt wird angehängt. Einheit verloren. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, ja, kommt ruhig rein. Hier Einsatzfahrzeug. Okay, der kommt, der lädt ab. Wir bauen schon mal den zweiten Erztransporter. Sicher ist sicher. Okay. So, hier sind noch drei Panzer versammelt. Hier oben kommt noch der, ja, ja, hier oben kommt noch der Sammler. Das ist aber nicht so schlimm. Boah, das ist so eine, ha, eine krasse Mission. Unglaublich. Ja, Sir. Ja, der kann hier wieder rausfahren. Das passt. Das Ding sieht aus, wie wenn es gleich fertig wird. Und das Ding, also im Westen brauchen wir das nicht schicken. Dann eher so ein Stück weit in den Osten, oder? Einheit bereit. Passt. Ja, Sir. In Ordnung. So. In Ordnung. Was wir halt auch ganz, ganz dringend brauchen, wäre halt eine Karte. Es wäre halt eine Radarstation, wäre halt geil. Guckt mal. Mittlerweile sind es jetzt zwei Sammler. Also nicht mal nur einer, sondern jetzt wird es wirklich eine Materialschlacht. Okay. Ja, ja, das habe ich gesehen, dass der angegriffen wird. Ist aber nicht schlimm. Wenn die Panzer hier angreifen, werden wir uns zu verteidigen wissen. Wir werden uns hier oben gleich so ein bisschen aufstellen. Und die dürfen ruhig hier noch schön sammeln. Das ist kein Problem. So ein Mammut ist recht, ist recht teuer. Wird gebaut. Aber wir können dann immer wieder, wir können dann immer wieder schön nachproduzieren, ne? Und denkt dran, Flugzeuge und so weiter bleiben ja trotzdem einsatzbereit, weil hier sind ja, ne? Ihr seht's. Aber wir können jetzt Folgendes probieren. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt hier so ein Spreng-LKW nehmen. Mit dem werden wir hier hochfahren. Oh, okay, hier kommen Soldaten gerade runter. In Ordnung. So, passt mal auf, dann bleiben wir gleich hier. Dann lassen wir die dann runterlaufen und dann stellen wir uns mal hier oben hin. Hier her. Schaut mal. Direkt hier her. Und vielleicht mit unserer Explosion reißen wir die zwei Flugplätze weg. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre der Broller. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir brauchen heute unbedingt eine Flagge, ne? Schön. Sehr schön. Also, Kohle haben wir. Endlich wird mal ein bisschen was gebaut. Sehr schön. Hier kommen dann Einheiten rein, aber das werden wir zu verhindern wissen. Mittlerweile haben wir auch eine Artillerie da. Den Panzern geht es nicht mehr so gut. Die haben keinen Selbstreparatureffekt. Also, die sind auch deutlich langsamer. Das heißt, die können wir dann schön aufreiben, schön ausschalten. Style. Ja, mit minimalen Verlusten haben wir das geschafft. Hier kommen die in den nächsten. Guckt mal. Aber das machen wir auch noch. Die Grenadierer lassen wir auflaufen. Auf unserer, in unserer Basis rein. Okay, nächste MiG kommt. Komm, also weg. Schön. Sehr schön. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Okay, die kommen hier reingelaufen. Ja, Sir. Okay, die kommen hier reingelaufen. Nein, oh, der Ellikmann, der ist ganz schlimm hier. Nee, das ist ein Flammenwerfer. Okay, das ist auch krass. Müssen wir echt aufpassen. Aber wenn die hier runtergelaufen kommen, war es das. Dann fahren wir hoch mit unserem Sprengwagen. Ah, endlich ein bisschen Kohle, endlich Kohle, Kohle, Kohle. Es wird auch Zeit. Es wird auch wirklich Zeit. Gut, sehr schön. Okay, komm. Sprengwagen. In Ordnung. Und dann würde ich gerne hier über die Brücke, hier in den Norden reinfahren und mich genau hierher stellen. Wirklich genau hierher. Und dann, egal wer kommt und wer mich hier ummäht, mit der Explosion hoffe ich mal, dass wir hier so viele wie möglich Schaden verursachen an den Flugplätzen. Wisst ihr, was ich meine? Gut, komm, dann fahr mal. Auf dem Tiberium wollte ich gerade sagen. Auf dem Erzvorkommen bist du recht langsam unterwegs. Das weiß ich schon. Ist aber nicht schlimm. Hier hinten auch drei Erzvorkommen. Hier unten auch. Ja, ja, wir bauen weiter. Wir bauen weiter. So, der nächste Transporter ist hier. Das passt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ne, unser Stützpunkt wird angegriffen? Boah. Gut, schicken wir mal noch ein paar Panzer rein zur Reparatur, he? Ja, Sir. Bestätigt. Ihr Einsatz von der Auffassung. Ihr seid bereit. Wird gebaut. Nein. Wird repariert. Unzureichende Finanzmöglichkeiten. Sehr schön. So, komm, verteidigt euch. Wird repariert. Ja, die kommen dann immer noch so kleinen Packs noch rein. Sehr gut. Hier ist das Fahrzeug. Ja, Sir. In Ordnung. Wird repariert. Du bist noch intakt. Du auch. Wird repariert. Du bist noch intakt. Du darfst rausfahren. Du auch, mein Freund. Dreh dich bitte rum. Fahr raus. Und der Rest, der repariert hier einfach durch. Wird repariert. So, hier schön zack, zack. Dann werden wir hier unten mal vielleicht noch so eine Raffinerie hinbauen, ne? Hier unten direkt auf die Seite. Gleich kriegen wir es vom Platz noch hin. Einheit repariert. Einheit verloren. Und? Schade, ist nichts passiert, ne? Doch, hier. Also die Radarstation hätte es definitiv erwischt. Ist aber sehr schade, dass hier... Ah, leider nichts von denen hier. Okay. So, pass auf. Hier kommt wieder eine MIG rein. Die hält wieder punktgenau drauf, ne? Ja, es ist halt... Es ist trotzdem nicht ohne. So, dann werden wir mal die drei Panzer noch nehmen und werden die durchreparieren. Die ist fertig. Als Schirmen. Das sind normale Cyborgs. Das ist gut. Einfach so Laufinfanterie. Das passt schon. Kohle hätten wir keine mehr. Schön, die MIG ist auch weg. Perfekt. Kohle ist drin. Denn, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier noch genügend Platz haben, dass wir hier die Raffinerie hinkommen haben. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ja, ja. Ja. Mist. Einheit repariert. Gefällt mir nicht. Müssen wir hierher bauen die Raffinerie. Wird gebaut. Wird repariert. Konstruktion abgeschlossen. Ja, na klar. Macht doch unsere Einheiten bitte platt, Mensch, Freunde. Jawohl. Direkt rüber. Wird repariert. Habt ihr es gesehen? Direkt über das Gemüse rübergefahren. Sehr, sehr geil. Jetzt machen wir es anders. Jetzt werden wir hier noch eine Raffinerie aufstellen. Was halten wir denn davon? Hier nach Raffinerie her. Einfach so zwei, drei Bunker gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Oh nein. Wir brauchen da noch zwei, drei Bunker da drin. Dann werde ich hier noch zwei, drei Silos setzen. Und dann hier gleich hier oben. Es wird bereits gebaut. Jetzt hier. Hier kommt dann das Ding her. Da davor bauen wir mal noch einen Bunker hier her. Ich schätze mal genau hier. Punkt genau hier her. Links. Also westlich neben, westlich neben unser Bauhof. Passt. Und dann sobald halt eine Einheit runterkommt, ein Cyborg oder irgendwas anderes, was die halt dann abwerfen. Ähm. Die können wir dann hier, können wir dann mit dem Bunker ganz bequem ausschalten. Wird gebaut. Guckt euch das mal bitte an. Guckt euch das mal bitte an. V2 Action wieder hier. Wird er am Start? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jaja, wir sehen es schon. Wird gebaut. Einheit bereit. Die sind halt auch nicht günstig, die Dinger, ne? Die kosten halt auch trotzdem 700. Und das sind halt V2, ne? Die können halt relativ, haben relativ lange Nachladezeit. Aber da, wo die Raketen halt einschlagen, ist halt vorbei, ne? Das ist halt. Gut, das Ding wird gleich fertig. Ist es wirklich euer Ernst? Es war der Ernst. So, jetzt. Das ist nicht schlimm. Da bauen wir noch einen Großkraftwerk direkt hier unten westlich hin. Einheit bereit. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, in der nächsten Folge sehen wir mal, dass wir jetzt endlich diese Basis hier aufreiben. Weil an Mix ist hier nichts mehr da. Ja, Sammler sind immer noch zwei unterwegs. Vielleicht bauen die dann auch einen dritten. Aber ihr habt gesehen, was das für ein Akt ist. Und das hat echt mit Stress zu tun. Also guckt mal, ne? Was hier an unserer Basis noch steht. Ich würde jetzt hier gerne trotzdem auf der Westseite noch so eins bei, also auf der Westseite eins bei Bunker richten. Vor allen Dingen hier. Nördlich der, nördlich der Erzraffinerie. Und auch hier. Hier müssen auch noch welche hin. Das nützt nichts. Hier müssen ganz da noch welche hin. Und dann werden wir, ja, jetzt bauen wir klar. So, dann komm, rückab. Ich hab's irgendwie, hab ich's gewusst. Irgendwie hab ich's gewusst. Jaja, das wissen wir schon. Das ist nicht schlimm. Komm ruhig reingefahren. Hier kommen wieder die Mix rein. Passt auf. Passt. Sehr schön. Das war ja eigentlich irgendwie die Hauptsache. Klasse. So muss das funktionieren. Gefällt mir sehr. Okay. Die stellen wir dann hierher, die Rack Zeros. Und dann würde ich sagen, mein Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugrücken. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge hier dabei seid. Es geht spannend weiter. So viel darf ich euch versprechen. Wir werden dann auch mit genügend Strom an der Radarstation bauen. Das werden wir vielleicht jetzt noch machen. Gegen Ende der Folge. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die neue Folge. Mit dem Wissen, dass wir's jetzt vielleicht mit dem Gegner mal aufnehmen können. Die Versteigungen sind zum Glück ausgeblieben. Soweit wie es geht. Und wie gesagt, Radarstation online schalten. Und dann gucken wir uns das mal die Karte an. Und dann werden wir mal in Angriffsplan ausarbeiten lassen, oder? Was meint ihr? Jawohl. Neue Bauoptionen. Okay, sehr schön. Neue Bauoptionen. Jetzt haben wir endlich die Flaggstellung. Dann haben wir endlich Zugriff auf Artillerie und so weiter und so fort. Und dann, ja, so eine große Techfabrik fehlt halt. Aber gut, dann ist es halt so. Mein Lieben, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.